So, herzliches Willkommen hier. Ich begrüße den Chaos Aiming und den Kaliber 24-02. Jawohl. Tschüss. Yes. Tja, meine Freunde. Watch my level. Was ist der Name, Alter? Watch my... Jo, heftig. Watch my level. Jo, geil. Recruit, ne? Jo, Recruit. Alles klar. Dann watchen wir mal dein Level nicht. Nee. Reichsicher. Level 20. Alles klar. Ach, diese Esch, ey. Die brauchen immer so lange. Ich weiß auch nicht. Die pudert sich noch. Ah, die pudert sich noch ein. Ah, alles klar. Ist auch hübsch genug. Oder sie holt erstmal ihr Rohr aus dem Hintern. Der Bio-Gefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Gefunden. Laber doch nicht. Ey, ich lande hier Cockpit, Alter. Hallo, ey. Wieso kriege ich hier mal Cockpit? Ich hab doch gefunden. Wo denn? Gute Arbeit. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Hi. 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 Puls haben die. Alles klar. Und je wendet. Noch 10 Sekunden. Naja, so ist das. Noch 5 Sekunden. Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgutbehälters. Die haben meine Drohne nicht erwischt. Wo waren die denn jetzt? Von da hinten. Was könnten wir hier vor? Von da hinten? Oder von hier, oder? Ich weiß nicht. Wir gehen mit Martin. Also ich gehe... Nee, Martin geht auf dem Spot. Ich gehe vorne rein. Ist mir egal. Ich gehe vorne rein. Ja. Was die machen, ist mir egal. Sorry, Jungs. Na, ich bin ja auch Glasauge. Da kommen wir auch rein. Hier, gehe ich rein. Hier, genau hier. Genau, ich komme mit dir. Ich bin der Erste, der stirbt, weil Puls dabei ist, aber egal. Ach, Quatsch. Du hast mich dabei. Gerade deswegen, ja. Alles, glaube ich auch. Die Drohne kommt. Das ist da. Einen habe ich gesehen, aber ich kann ihn nicht. Hier unten scheint safe. Du kannst also theoretisch rein. Denk an die Kamera direkt rechts. Ah, wir müssen ja sowieso nach oben. Hier ist Zug. Da sind gleich welche. Kamera nach vorne. Hier ist ein Schörsender. Ich habe hier gerade eingesehen, ungelogen. Bei dir? Ja. Kann eigentlich gar nicht sein. Ich meine, ich hätte hier gerade was gesehen. Könnte aber auch die Drohne gewesen sein. Ja, du meinst die Drohne. Beide Seiten zu, aber ich fuse mal hier rein, ne? Vorsicht. Na, an der Stelle sind noch ein Tucken weiter vorne hier in der Ecke. Nix. Chaos war, glaube ich. Weiß nicht. Sollen wir durch, oder? Die anderen sind schon hin, ey? Von oben. Ich habe nichts mehr. Fick dich, Puls. Ich habe doch gesagt, ich wusste doch irgendwie, war doch einer. Einer. Verstärkte Wände, scheiße. Ich habe einen. Vorsicht, ich fuse hier rein. Mach. Was steckt sich hier hinten in der Ecke irgendwie. Oh, hier könnte ich, hier kann ich auch noch einsetzen. Komm rein. Nein, dann habe ich kein Fuse mehr. Ich fahre nochmal mit der Drohne dann. Die jetzt kaputt ist, danke. Hat sich erledigt mit der Drohne. Ich könnte ja auch von hinten angrafen, ich weiß es nicht. Alles klar, direkt da, ey, Käse-Sniper. Der Mute. Direkt, wenn du reingehst, an den Sitzen. Alter. Seid ihr noch da? Ja. Da geht klar. Wer denn? Molen. Ich stehe hier. Da hinten. Ich bin da, wo, glaube ich, ein richtig angehtes. Wo ist er? Es bleiben noch zehn. Scheißer. Bei mir oben. Der tötet mich jetzt. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Unverloren. Toll. Ich halte ihn fast gehabt, der Gegner gewinnt. Fuck. Ich habe einmal ganz kurz seinen Kopf gesehen. Und dann ist er dran vorbeigelaufen oben. Schade. Geh, geil. Und Watch My Level hat sein Headset gefunden, meine Damen und Herren. Aber man kann ihn nicht hören. Ich nehme mal den Bandit. Ein bisschen Strom auslegen. Solange wir uns nicht in die Quere kommen. Obwohl Kapkan ja eigentlich auch nicht schlecht ist. Ach, du hast Mute. Macht doch nichts. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Wand befestigt. Der Stacheldraht ist verlegt. Da vorne könnte man noch eine Wand gebrauen. Da hinten. Nur noch fünf Sekunden. Die Drohne deckt nach dem Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert. Beschützt den Bio-Gefahrgutbehälter um jeden Preis. Ja, wie die anderen einfach wieder rumrennen. Warum seid ihr alle so Idioten, statt mal zu saufen, Alter, ihr Wichser. Aua. Blöde Drohne, ey. Wo ist sie? Hast du sie? Sorry. Das musste aber gesagt werden. Der kommt nicht, kannst du vergessen. Der André ist ja schon wieder tot. Da muss noch eine Wand hin. Du hast noch eine. Zwei. Okay. Weg. Ich hätte Strom hingemacht. Achso, sorry. Ist egal. Alles gut. Stefan ist hier, ne? Wir sind alle hier. Man hört nichts mehr von Stefan. Das sagt gar nichts mehr. Es sind ja noch zwei da drüben. Ne, ne, die anderen sind nicht hier entdeckt. Achso. Stefan? Stefan ist nicht mehr da. Hier. Im Spiel aber sagt nichts mehr. Ich hab welche markiert, die kommen von da auch. Zwei Stück. Wochenende Bostop продолжiert. Sie sind auch in die Schbonomin Pence. Auch im Spiel bin ich Angst? Ich hab nur auf jeden Fall gewechselt. Ja, du wüsst auf jeden Fall. Ich hab michILmente 있지만 hier einfach nicht leicht machen. Das wird jetzt ein Vergn Tagen sehen. Ich hab Angst, dass du's nicht wahrn paisern. Aber ich hab also Angst, ich hab glory in deinem Beispiel. Happen auf jeden Fall�. usta nem Almighty Fitanicks! Jesús! Ich hab großartig weiter. Scheine nebenherum zu sein, ne? Stefan sagt ja nix mehr. Ne, ne, keine Ahnung. Alter, die schießen durch die Wand. Die haben sich ein Loch gemacht. Also nicht rumgucken da, ne? Nicht um, nicht. Da ja, aber, aber. Der Idiotenjäger, Alter. Rennt nur hier rum. Ah, schiebt ihm gerade recht, der Prolpenner. Warum redet denn Stefan nicht? Jetzt ist es kaputt, oder? Fuse. Aber er wählt aus, also. Naja, er hat gerade im Discord ja geschrieben. Sein Mikro ist irgendwie anscheinend aus. Okay, das ist schlecht. Den Standort des Bio-Gefahrgutbehälters finden. Ah, ich höre sie schon da hinten. Irgendwider. Hallo. 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 Ey, das scheiß Ding hat sich, äh, der Pegel hat sich auf Null gestellt. Ja, der Pegel hat sich auf Null gestellt. Jetzt bist du extrem laut, Alter. Jetzt laut? Oh, heilige Makronen. Ich, ich mute dich gleich runter. Ja. Schockdrohne eingesetzt. Hm. Ziele in Sichtweite. Fuse rein. Und zerstörbare Oma Füße. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Achso, hier. Fuse hier rein. Für den Rücken zu decken. Streus-Sprengsatzert tief. Spreus-Sprengsatzert tief. Punkte gekriegt. Injured hast du bestimmt. ich kann da nicht rein schießt ihr da irgendwo unten sein kann aber hier in den raum ich muss mal hier ein was war denn da war an der tür da an der tür da wo ich die markier versuch da mal weil da kann ich gerade ein schuss aus unseren mann erschossen was macht er denn da drinnen da ist drei hinter neben reingelaufen alter der lakien der drop der drop der drop ist auf hier oben aber hier hinten lag einer da ist er weg erfolgreich wir haben gewonnen aber nur die runde ich hab sorry geschrieben matchball kapkan ok stefan ist mit seiner mutter im gang bitte was er hat gerade irgendwas gelauert gehabt ich bin so weit weg wie ich immer weg ich hab mich gerade schon leise gemacht alter ist letztlich hier nix machen mann oder was hat er werten den drop aufgemacht einer von den idioten fährt irgendwo eine drohne noch rum ich wechsle das magazin zehn sekunden die werden bestimmt gläser haben also vorsicht die drohne der gegner hat den bio gefahrgut behälter aufpassen wegen gläser naja sie haben gläser ich bin jetzt in der falle schön ich frage erstmal wo kommen sie haben sie uns gefunden ja ne ja der einer hat uns gefunden ok na gut hier hoch können sie eh nicht kommen ne von mir an der rechten seite hier aber äh glass is down ok super man kann nicht wieder hoch und er wurde gerade erschossen ich hab da zuvor sie mal ein schild hingepackt als tarnung wenn sie denken der junge der ist da ja alles klar der hat es richtig drauf jetzt kommen sie gleich von hinten und ich bin der erste der tot ist das hätte ich mein problem dann ja alles klar sag nochmal was hallo 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 ok warte ja und gut dass ich da weggegangen bin wir wissen also wer da vorne ist das wird gleich ne drohne rein fahren könnte auch sein dass ok von hinten hinter dir ja ja und dann haue ich das schild auch noch so hin alles klar hey da da wurde einer gesperrt ne aber nicht von hier das ist ja globale meldung ja das ist ja globale meldung oh alter fuck geht der ich nehm wieder kapka ach bei uns ist auch einer weg ja aber ist doch die ump5 alter ist ja nie normal tja das ist das play for fun team ja den raum sichern wir müssen den gefahrgut behälter schützen das wars mit fun da bin ich da bin ich kamen und keine hinsetzen so kartzenwände sind weg und noch ne wand hier hab ich Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. Hallo, komm hier aus. Eine Kamera höre ich, also eine Drohne. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Haben wir an den Job gedacht? Nein, ne? Da ist hier gar keiner? Oh, hier ist er, hier ist er. Scheiße. Wo ist denn Job? Hier. Ach du Scheiße. Warte, dann mach ich hier diese Dings hin. Wenn er runterspringt, spring ich in die Luft. Wir zwei sind schon Assis. Ey, wir sind richtige Assis alle, aber echt. Also mir kann nichts passieren, ich hab auf jeden Fall Dings dabei. Links sind meine Gummimels. Also ich bin safe. Ich leider nicht. Das Scheiße hier. Oder willst du gehen? Ne, ne, alles gut. Ich geh ein Stückchen hierher. Ja, das vermute ich auch mal. X-Kairos Ladung blockieren. Ich krieg Punkte. Jawohl, ich hab's gut gemacht. Sauber. Nice. Hiiii. Wir haben entweder Hibana oder Thermite. Oder beide. Oh, links. Was war denn da? Ich muss, ob das hier klappt, da bin ich mir nicht so sicher. Hey, der Witzker sei euch. Also auf jeden Fall wird der Drop aufgehen. Und schon wieder Ladung blockiert. Ich krieg Punkte dafür. Ja, irgendwo. Ja, die versuchen wahrscheinlich hinter uns das zu machen. Ja, ich hab hinten zwei Castle Wände hingesetzt. Also von der, äh, von der Seite hab ich zwei Castle Wände. Mhm. Okay, hier. Ohne. Hab ich. Gut. Also mich haben sie nicht gesehen. Ich glaube mich auch nicht. Uns beide haben sie angeguckt hierhin. Das ist gut. Die Drohne, die ist direkt durchgefahren. Wie wir beide auf die Typen warten. Wie wir auf Punkte gehören, ey. Komm, 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 Jum, komm. Komm, Baby. 22. 22. Ah, tolle Wurst. Lass du dich verraten. Wer? Ich. Scheiße. Mein Finger saß da locker. Mein Finger saß da locker. Er schießt da hinten raus. Na, jetzt mal so ein bisschen. Die, die müssen jetzt kommen. Die haben nur noch 40 Sekunden jetzt. Jetzt müssen wir auf alles beachtet sein. Das ist das Problem. Die beiden gucken auch an der Tür hin. Da müssen die andere Tür kommen. Die kommen von hinten. Ah, ich habe eine Wurst, jo. Letzter verbleibender Gegner. Ich riskiere im Blick. Du brauch keine Angst haben. Ich habe noch eine Sprengfalle hingesetzt. Die Sprengfalle da vorne? Ah ja, da ist sie. Okay. Der Wack ist tot. Ist der nicht tot? Nur noch 15 Sekunden. Der Wack ist tot, ja. So, jetzt wieder waschen oder aufgeben. 10 Sekunden übrig. Ich pass hier auf. Es bleiben noch 5 Sekunden. Wir sind das fucking geilste Team, Alter. Ja. Oder er hatte, glaube ich, keinen Bock mehr. Er hatte, glaube ich, keine Lust mehr. Na gut, ich kann es verstehen. Ja, komm weg, sieh. So will ich das haben, Jungs. Vielen Dank fürs Dabeisein. Watch My Level ist der Top-Hit. Ja. So. Vielen Dank, Chris Cesar. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst. Rainbow Six. Ringelpiece mit anfassen. Ciao.